Ich weiß nicht, wie ich zur Party hinkommen soll. Du kannst bei mir übernachten. Und du auch? Hey, warte! Wie viele Uhr ist das? Scheiße! Scheiße! Wir müssen gehen. Ähm, mein Ordner? In dein Lacher. Ach, dann vermiss er nicht. Das ist nicht meiner. Dein Ordner ist blau. Das ist aber nicht meiner. Wo ist mein Ordner? Ich verstehe, du warst da drauf. Nein, ich kenn den Ordner nicht. Es ist nicht meiner. Wo ist dein Ordner? Du hast dich schon seit drei Jahren. Du bist ja sogar fremd. Ich kann einfach dein Mädchen mitmachen. Liebe Frau, du bist in Ordner. Komm, wir müssen gehen. Wir sind später. Wir sind später. Dann bist du nicht, dass Frau in den letzten Teilen ein bisschen komisch ist. Ja, es kommt mir so vor, als ob ich sie nicht mehr kennen würde. Hi, Bao! Hallo? Pau, lass mich rein! Laura, kommst du da rein? Ähm, das sind Diebe in unserem Haus! Ähm, ne, das sind Diebe in unserem Haus! Willst du denn... Hä? Nein, nicht auflegen! Was ist los? Das sind Diebe in unserem Haus! Komm, lass uns los gehen. Pau, komm, die sind deine Freundinnen, die sind nicht Diebe. Sophie und Maria, ihr seid ja schon seit Jahren Freunde. Ich kenn die Leute nicht. Pau, ich kenn die Leute nicht, die in unser Haus gekommen sind. Ich möchte keine freundlichen Leute in meinem Haus. Geh und sagen, dass sie rausgehen sollen. Ich kenn die Leute nicht. Aufstehen! Wir gehen zum Arzt! Warum? Los, schnell leben! Gehen! Hallo! Hallo! Wie geht es euch? Gut! Alles klar? Guten Tag! Guten Tag! Okay, und Pau, hattest du irgendwelche Probleme in der letzten Woche? Hättest du etwas ausgeworfen? Ja! Alles gut! Ja? Ja! Ähm, könntest du ein bisschen rausgehen? Ich werde jetzt um deine Schwester reden. Okay! Vielleicht rufen wir dich wieder. Okay! Es tut mir schrecklich leid, Ihnen das mithern zu müssen. Aber Ihre Schwester hat Kinderdemenz. Macht euch bitte keine Sorgen. Ähm, ich habe schon mit euren Eltern gesprochen. Und sie werden den ersten Flug hier nehmen. Und morgen werden sie schon hier sein. Äh, ich werde ihnen hier ein paar Telefonnummern aufschreiben, die sie im Notfall anrufen können. Ähm, macht euch bitte keine Sorgen. Wir werden alles, was möglich ist, tun, um euch zu helfen. Okay. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Tänkt drinnen. kolację Wie sie intensivieren. Fortsch maximum. Fortsch심 där nicht anrufen. B. W W Ja. Bora Untertitelung des ZDF, 2020